Und starten. Und mir knolzt es um die Ohren. Da gehen wir auf die Assassinen. Da bin ich eher auf die Assassinen und auf die Trolle. Ja, also seinen Bonus ist immer wieder geil. Aber ist halt von der... Da darf man auch nicht vergessen am Click and Place oben rechts das Hakerl anzumachen. Weil das ist dann schlimm. Oder müssen wir dann viel mit Tasten spielen. Ja, erste Runde einmal überstanden. Schatztruhe bekommen. Ja. Bei 3 hast du hingekriegt den Bonus. Mal schauen. Ob wir den Bonus zusammen bekommen. Und die Tote ist halt der Progress ein bisschen schwerer und so. Das ist mühseliger alles. Das ist halt der camera gut. Schiess Kebab. Schiess Kebab. Hmm. ja das kann man jetzt als als dritte figur also level 2 haben wir zum start das ist mal nicht so schlecht taugt man und die hast du sie noch einmal So. Spirit Raker. Demon Knight. Jetzt sind wir überhaupt vier kauft noch. Ah, da hat es wie auch vier. Vier, vier, vier. Ah, da muss ich ein paar auf vier kauft. Hier geht auch auf einen Trollbonus. Und Knight. Rein von der Tatsache, dass ich schon Level 2 gekauft habe. Sollte ich das gewinnen. Das Rammstein Feuer frei war das erste Rammstein Liert, wo ich wirklich behirnt habe, dass das Rammstein ist und voll gefeiert habe. Und das war wegen Triple X den Film. Lange war es her. Ja. Kauft sie jeder auch? Ja, ich kaufe nichts. Ich würde ja auch gerne Mage. Hunter. Nein. Ich kämpfe wieder gegen einen Dreier. Ja. Das ist schon mal einfacher. Ja. 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 Das ist gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Du siehst, jetzt habe ich mal wieder nicht gespielt, warum bin ich unranked. Absel komisch. Hm. Es gibt kaum andere Möglichkeiten irgendwie. Irgendwie. Ja, wurscht. Ich spare mir das Geld noch. Weil da ist irgendwie, Gold kriegt man wirklich schwer daher. Ja. Aber das ist schon Level 2. Scheiße. So mit Bonus. Schlag oder? Hm. Okay. Das ist... Hm. Okay. Jetzt habe ich verloren. Ja. Also flirrt meine Arme um. Ich bin schon wieder dumm. Ja. Nichts interessantes. Hm. Hm. Es ist jetzt nur Verschwendung, wenn ich jetzt... Ah. Ich müsste es so machen. Den muss ich mir jetzt mal anschauen. Okay. Okay. Oh, mein Gott. What the fuck? Ich hatte fünf Figuren. Was? Was? Da wird's gar nicht fertig. Da ist er schon fertig. Na ja, dann. Nein. Ich muss jetzt schauen, dass ich da was ergatter. Slug. Geht doch. So wenigstens den Assassinenbonus. Auf den ich jetzt eigentlich gehofft habe. Okay. I diaphragm das jetzt. So United machen dental den Top. Okay. 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 Right. Okay. Ja. Somit kann ich zwei Figuren verkaufen und kann man sogar Figuren draufstellen. Ah, fuck's so. Yo. Ich bin aber nicht schlecht dabei mit dem Goethe Ich habe den Spearbreaker auf Lv. 2, Schlag auf Lv. 2, wenn sie auf 2 fallen, geht es an Bord Oh, jetzt sind nicht immer die Golems I'll be waiting So, Visage, leider keine Combo Der Speed Ich habe den Faden Sarschleppe 2 Ja, Armer Armer habe ich schon gegen den Faden verloren Ja, jetzt glaube ich habe ich gewonnen Gott sei Dank So, runterläuft Naja Dann steht ja nichts mehr im Wege Fast nichts mehr, oder? Warlock Ja, Alter So, Spirit Breaker Slag So, 2 Lv. 2er Slag Wer ist denn da alles überhaupt? Der ist aus der Sehne Pangolia Tempel aus der Sehne Ah, haben sie wieder neu gesperrt Neige Season Neige Season Neige Season Wie gesagt, ich habe in Dota nie ein Level gehabt, also Dota Über Auf Steam Verknüpfung Ne Da sieht man es dann Aber da ist eben Kenji Kuntaku Im Prinzip Auf Steam Obtu Es ist ganz normal Kenji Kuntaku Ich weiß gar nicht, ob der dah ist Ja, Kenji-Kundaku ist das die Namen. Okay, ja, schreibe ich das. Jetzt schreibe ich die Namen. Erst aber die Runde läuft ziemlich gut, würde ich meinen. Ja, ich bin schon mal versorgt, jetzt habe ich mir aber unter 50 gekauft, aber egal. Man, das hat jetzt seine Messung. Boah, das habe ich wirklich ziemlich gut gekauft jetzt. Ah, so das alles geht. Oh, jetzt ist er so gut. Hm. Hm. Ach ja, die Gier ist was schierig. Die Gier ist echt was schierig ist. So, was machen wir jetzt? Ah, wie gehen wir das jetzt um? Oh. Items, Items. Aber zwei Eos zu haben, das ist schon mal nice. Ja, jetzt, jetzt, jetzt können wir die... Okay. So. Nächste Runde müssen wir handeln, sonst bin ich weg. Man kann den Neidenbonus noch nicht ausnutzen, das ist der Schatz. Ja, das verliere ich. Aber drei Prozent zu verlieren ist nicht mehr viel. Ja. Ja, da, 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 da. Da, da, da. Ah, da, da, da. Ja, ich bin mal nicht schlecht unter euch. Ja, ich kann das selbst nicht beurteilen, dass die Dota ausgeschaut hat jemals. Wie gesagt, ich habe Dota A Runde einmal gespielt gehabt, das war vor Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeschaut hat. Ich weiß schon, dass ungefähr wie League of Legends ist. Guten Morgen, hey, Servus. So. Wie geil kann man jetzt sein? Der Kevin hat da geschrieben gehabt, hey. Und ich habe hey zurück gesagt. Und danke für den Follow, sehr vielen Dank. So. Das läuft jetzt eigentlich so gut. Besser als gedacht, der Runde. Der Morphling auch auf Level 2 zu bringen wäre noch geil. Aber die anderen haben schon Level 7 sogar Einheiten. Oh. Wie geben wir das jetzt am besten an? Was sieht denn halt zu kaufen? Gut. Schöpfen. Morphling. Ne. Verkarten kann man da immer, ne. Gut. Ne. 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 snowman. Also wenn ich jetzt lustig drauf bin, machen wir jetzt ein Viper Level 2. und steuern mir das als auch die figur hin wenn ich lustig drauf bin Jetzt kommt der nächste Morphling daher, ein Slug Ach siehst, Sand King Sand King wir als nächstes auf Level 2 bringen Ich kann es nur anhand von Autochess beurteilen oder TFT was mir auch Spaß macht und ich sag halt beide hat seine Vorzüge und und ja das ist halt Kannst du nur von dieser Seite was was eh ne geht da geht da so ah ja ausweichen ich kann halt nur sagen ja ich kann es wirklich nur sagen, an Autochess kann ich beides vergleichen und in League of Legends selbst zu spielen, im Club der Beschwörer ist man die Community irgendwie zu spüren. zu toxisch, weil jeder Föler wird halt bestraft und als Einsteiger, bei Einsteiger bist du verloren und das ist das was ich hasse ja ja so ja so hier ist schon mal bei mir auf 8 gekauft aber ich bin ein Bonus, das ist das Gute bounty hunter auf Level 3 wäre voll geil wo ist denn das oder 80% Ja denn der wird Nieder gemetzelt ich muss jetzt echt sagen ich habe da jetzt echt eine gute Serie nur gestartet der hat schon eine 10er Serie auch bin echt gut dabei Faceless so wieviel haben wir jetzt? sieben zählen tut er ja sechse neine brauche ich sieben haben wir schon brauchen wir zweimal die an den panda da da oder marda wo es da gibt pangoli oder so und annau das ist glaube ich violetta für ihr müsst jetzt auf level 8 kommen aber mit assassineren Dota da zum spülen ist halt ja wie gesagt von meiner meinung aus gegangen kann ich da nicht viel dazu sagen ich kenne einen freund der Dota bis zur vergasung spielt dann auch immer mit 3000 stunden und ich bin einfach zu blöd für das aber ja so war der Warfler kriegt hochteinheiten schauen wir ob wir gewachsen sein gegen den dude aber die nächsten zwei runden wie immer wahrscheinlich rauf kaufen ah ja erfahrungspunkte kaufen ja merke schon hochteinheiten waren jetzt besser zu holen da hat er schon sein leben gelassen oder bleibt er das noch? boah ja in lol musst abliefern das ist das da wird jeder Föller wirst da geflamed bis zum geht nicht mehr da wird eine Existenz infrage gestellt scheiße so jetzt war Morphling drin aber wüsst ja Morphling ist irgendwie na ich trottel hier auf die und wieder wegschaut dass da die NPCs sind aber egal wird mir jetzt auch nicht zu schaden ja ja TFT ist ein bisschen so ein einsteigerfreundlich ich muss sagen in TFT das Auto Chess ist einsteigerfreundlicher als wir Dota obwohl eigentlich selber League of Legends eigentlich warg ist zu spülen aber ja so 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 der hat sich auf 9 gekauft 9 Figuren nice der hat sich gegönnt das geht ja runter wie Butter aus nur der Dota mit seinen 9 macht mir ein bisschen Sorgen jetzt wird es Zeit dass ich den Bounty Hunter vielleicht aufhebringe aber kommt ja drauf an wer alles die Figuren hat ok ok Morphling Morphling scha so nächsten Assassinen scha 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 ob ich noch eine Figur auf Level 3 bringe ist jetzt fraglich wieso ich noch jetzt so verloren achso das ist der Level 9 aber das ist so Kassir das ist schon mehr die Org das ist schon mehr die Org also der Foe was soll denn der der Razor Mage Scha Bounty Hunter einen bräuchte ich noch dem bräuchte ich den letzten vier Assassinen die 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 den die 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 Der hat zuerst auf 9 gekauft, der hat 9's. Er wird gut sein, dass er denn jetzt... ...hermatter, ok passt, ich wollte ja auch noch mehr aufs Update. Andersen wir eben noch gleich, was wir aufs Update warten. So. Ich bin nix mehr zusammen. Ja, im Prinzip kann man dann spielen, aber das ist für mich jetzt die letzte Runde, ich hab ein paar Runden TFT gespielt. Ich hab gedacht, ok, ich will jetzt auch mal noch Dota Auto Chess spielen, eine Runde, und das war's dann eh schon, das ist die Runde, wo wir... Ich krieg den. Boah. Was hat mir das jetzt gekostet, oder? Tidehunter, gibt's auch wieder. Ah, Morphling, Scheiße. Kommt jetzt weiter... Ah, so will ich was sehen. Der Sensor... Aha. Der ist eigentlich was im Kennen. Der ist gut, bei. So. Wie geil war das jetzt noch? Hm, den letzten Außersehen, und da ist er. So. Es leidet spät, kann man. Wir werden jetzt das Beste probieren. Boah. 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 Halt. dich fest. Den Viper auf Level 3 zu bringen, war jetzt auch noch göttlich. Aber ja. Aber es sind gleich mal die Charaktere mal da weggestorben und jetzt so wie ich. Biss so, Tepper. Ah, Scheiße. Oula. Das gibt es nicht. 10 auf Level 2. Das ist eh schon lustig. Die Viper. Ach hei. Ich hätte es geglaubt, wenn jetzt noch die Viper da herkommen werden. Boah. Mein Anfang ist echt gut gelaufen mit Yassasin und dann jetzt. Wann bin ich da jetzt so weggebrochen? So ein Mage. Aha. Templer Assassin. Ja, Viper ist leider noch dabei. Es war einfach zu gelb. Aber die Templer sind ja jetzt sogar ein bisschen weiter unten. Ja, da habe ich keine Meta mehr. Ah, der hat sich schon ein bisschen eine Zähne gehabt. Wie siehst, bei DFT ist dann eigentlich Schluss bei 9. 1. Favoriten. Ka andrerat. Na, jetzt ist das. Ja. Zubitz war vier figuren level 34 figuren Ja im Prinzip ist es wurscht was jetzt, kann eh nix mehr Das ist eigentlich schon gegessen Zub sichern oder so Boah da stehe ich komplett weg Aber es ist der längste Kampf als ich jetzt in die Dota habe, da bin ich Auto-Chess Ja das war's, das war's Ich glaube nicht mal wenn ich mir mal umgestellte herat war, da war's was geworden, das ist übermächtig Ich bin mit dem zweiten Plot zufrieden, wo jetzt wirklich lange gegangen ist Ah, nix overlay, nice Vier level 3 Einheiten und der hat noch nicht soviel gehabt Ja, der hat halt wirklich übelst basiert Ja, das war's